Im Rahmen der Vogtland-Spiele in den Sommersportarten sucht der Kreissportbund und die Sportjugend Vogtland erneut den sportlichsten Kindergarten in der Region. Beim sogenannten FOSPI-Cup traten seit Januar insgesamt über 30 Kindertagesstätten bei neun Vorrunden im Landkreis gegeneinander an. Heute trafen sich die Vorrundensieger zum großen FOSPI-Cup-Finale in Reichenbach. Kita Klinik aus Götz, Kiko Klinik aus Rolgen, wir sind die Klinik aus Saugt, wir sind aus dem Bild am Neubach. Abo Kita August Fusch aus Reichenbach. Das waren fünf der neuen Kita-Finalisten heute Vormittag in Reichenbach und genau so hört sich Begeisterung an. Kurz vor 9 Uhr trafen die Teilnehmer auf dem Kunstrasen am Stadion am Wasserturm ein. Die Kleinen sind schon echte Profis und so wurde sich vor dem Wettkampf erstmal warm gemacht. Wer über einen persönlichen Betreuer verfügte, dem wurden Schuhe angezogen und die Schleifen gebunden. Der eine oder andere schaute nochmal, ob Mutti die Proviantbox auch ordentlich gefüllt hatte und dann konnte es auch schon losgehen. Nein, noch nicht. Schnell noch Posen für ein Einzel- oder Gruppenfoto und die Fan-Klatschen abstauben. Nun stand dem Fosby-Cup-Finale nichts mehr im Wege. Fosby, Vogtlandspiele. Worum geht es da eigentlich? Also die Vogtlandspiele gibt es jetzt schon seit 20 Jahren. Es ist die größte breitensportliche Veranstaltung hier im Vogtland. Wir haben immer im Zweijahresrhythmus die Sommerspiele bzw. die Wintervogtlandspiele. Und es nehmen immer so um die ca. 5000 Kinder und Jugendliche aus der Region an den zahlreichen Wettkampen teil. Wir sind dieses Jahr hier in Reichenbach. Vor zwei Jahren zu den letzten Vogtlandspielen in Sommersportarten war man im Blauen gewesen. Und in diesem Zweijahresrhythmus wechseln auch immer die Austauschstädte. Und wir sind froh, wie gesagt, in diesem Jahr hier in Reichenbach zu sein und hier die Vogtlandspiele 2018 in den Sommersportarten durchzuführen. Ausrichter ist der Kreissportbund und die Sportjugend Vogtland in Zusammenarbeit mit vielen ehrenamtlichen Helfern. Teilnehmer sind Vereine, Schulen und Kindergärten. Hintergrund war natürlich gewesen, möglichst viele Kinder zu bewegen, sportlich zu bewegen. Und da war auch das Vogtland dort sicherlich mit den Vogtlandspielen ein Vorreiter auch von der Konzeption her, diese relativ zentral in einer Ausrichterstadt zu konzentrieren. Und es ist einfach auch eine Erfolgsgeschichte, die der Kreissportbund in den letzten 20 Jahren damit geschrieben hat. Diese Erfolgsgeschichte sollte heute fortgesetzt werden. Die Mädels und Jungs der Kitas waren hoch motiviert. Sie ist ein Team! So, meine lieben Kitas, ich möchte bitte, dass ihr euch auf die jeweilige Bank setzt, dass wir die Eröffnung beginnen können. Auf diesen Satz hatten alle gewartet. Pünktlich 9 Uhr ging es los mit Begrüßung und Einweisung. So, alle sitzen, dann wünsche ich jetzt offiziell einen schönen guten Morgen zum Finale Vosfi Cup. Guten Morgen! Doch noch lieber als guten Morgen hörte sich das an. Auf die Plätze! Fertig! Los! Und wie das losging. Wir haben Daffelwettbewerbe aufgebaut, die die Kinder absolvieren müssen. Und die zwei Besten jetzt aus diesen Staffeln bekommen dann nochmal die Chance, in der nächsten Runde zu kommen. Und dann gehen wir heute den Sieger quasi kümmern und im zweiten und dritten Platz. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel aufgebaut, Feinmotorik, da bekommen die einen Staffelstab, müssen quasi mit dem Staffelstab die Hindernisse überwinden und dann wieder den Staffelstab vorne abgeben und der nächste läuft dann los. Mehrfach wurde der Parcours umgebaut. Wir haben auch noch Ententeich, da haben wir noch mit der Stadtgalerie Blauen, haben wir die kleinen Gütchenenten bekommen und die müssen sie dann durch den Parcours in den Ententeich setzen. Super, Leute, ja! Dass das den Kindern einen Riesenspaß machte, war zu sehen und zu hören. Der Spaß steht auf jeden Fall im Vordergrund. Das ist uns auch ganz wichtig, dass die Kinder Freude und Spaß am Sport haben, dass sie sich bewegen. Ja, und Freude haben nicht nur die Kinder. Ja, das ist immer schön, die Emotionen von den Kindern, das ist quasi das größte Dankeschön, wenn sich die Kinder freuen. Als Erinnerung an diesen Wettkampftag erhielten die Kinder T-Shirts und am Ende ging es um diese begehrten Pokale. Die stellen unseren Fosby dar, quasi das Maskottchen für die Vogtlandspiele und dann steht dann drauf, der Platz quasi für die Kita steht dann drauf. Und die anderen bekommen alle Urkunden. Leider konnten wir nicht bis zum Ende des Wettkampfes bleiben. Bei Redaktionsschluss standen die Sieger noch nicht fest. Wenn sie die Platzierungen erfahren möchten, der Kreissportbund und die Sportjugend Vogtland geben gerne Auskunft. Was wir am Ende noch erfahren haben, das ist auch noch wichtig. Also es geht erstmal weiter mit den Vogtlandspielen in Wintersportarten. Die finden dann zu Beginn des nächsten Jahres, 2019, in Klingenthal-Milleiden wieder statt. Und in zwei Jahren wird es dann wieder 2020 die Vogtlandspiele in den Sommersportarten geben. Wir sind ein Team! Sehr gut! Super!